Wir spielen jetzt Villa. Villa war glaube ich im Kartenpool dabei. Oh ne, und damit, hallo, da seid ihr so willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir haben gerade Synchron Oh Ne gesagt. Oh, ich habe irgendwann geklickt. Ich will in Keller. Keller. Aber zum Server. Oh. Hm, ziemlich uneinig im Keller. Der Erdgeschoss-Typ kann es richten. Willst du Cafeseria Garage? Du wolltest Keller? Nein, mir ist Schnurz. Ich bin eh nicht da. Windgabschrauben. Es ist zufällig da unten. Zumindest Keller zufällig. Die Bomben sichern. Ich mach mal halt nicht da hinten zu. Da ist irgendwie doof. Ich hab nicht dran gedacht, dass Keller zweimal geht. Hab ich auch nicht. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Wurde befestigt. Gerät wurde platziert. Das ist extrem hohe Wände. Das ist doch extrem... ...innevizient, wenn man heizen muss. Es bleiben noch zehn Sekunden. Na gut, wer sich so ein Konsulat leisten kann. Es bleiben fünf Sekunden. Das war kein privates Gebäude. Eher sowas öffentlich ist. Dann ist das eh egal. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Hallo, Gegner. Oh, Blitz haben sie. Die wissen noch gar nicht, wo die Kamera ist. Aber das kann ich verstehen. Wie viele Kameras das sind. Oh, es guckt. Oh, noch mehr Gegner. Alle anderen da. Oh nein, eins ist schon drin. Wo denn drin? Da unten bei der Garage. Oh, der Garage. Ich bleibe jetzt nicht so einfach. Die Noll haben sie noch. Schlag' dir mit im Chat. Ah ne, vielleicht niemanden getroffen. Könnte er auch meinen. Oh, drohen. Drei, das ist eigentlich zu viel. Die haben eh keinen Chakal. Da kann ich rumfuß abdrücken. Blitz ist vor meiner Nase. Okay. Scheiße. Boah, ich hing halt nicht. Ich hing halt nicht. Dienstbogen. Dienstbumster. Teamkollege. Hat der, hat der ein Schwein. Oh. Die Sau. Ne, ist ein MGE. Kann er auch jemand anderes haben. Jetzt gehe ich auch dahin, wo jemand umgebracht wurde. Sehr gut. Ah, noch jemand. Ah, angelehnt. Hättest du mal drauf geschossen? So, Mann. Schuss, Mann. Ein Winter. ensure printers. Die Bomben schützen. Falsch. Oh, nee. Wertvolle Zeit. Jetzt kann ich auch das Zeug hier anziehen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Nein, 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 nein. Ich will nicht entdeckt werden. Vielleicht wurde ich schon längst identifiziert, wer weiß. Das stimmt. Ah, ja. Auf dem Dachboden. Ah, ob sie jetzt schneller... Ja. Kaputt machen. Interhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Ich will die Kamera gar nicht mehr so gut besucht. Die Zoom. Falsch. So schwer ist das nicht, aber ich will auch mich trotzdem ständig wegen der ganzen Winkel. Oh, der Keller kommt da rein. Das klingt ja wie Finca. Ich weiß ja, die haben schon... Bei der Garage sind mindestens zwei. Oh, Alter. Keine Sau mehr. Oh, hier ist das Kerlchenkram. Ich geh da wieder hin. Ich geh da wieder hin. Schau mal, bis jetzt. Mach doch zu, Kerlchenmann. Das Blut an der Treppe sieht doch aus. Deine hat den Köder geschluckt. Hab einen! Schildträger mit noch jemanden, also Montagne an der Außentür. Klamour zerstört, sehr schön, Montagne und Ash. Ash, Außentür noch, Außentür. Ich gehe raus. Ich habe gehofft, er muss sich gegen mehrere stellen. Nee. Das war die letzte. Oh, ich hasse diese Schildträger. Konsulbüro? Dann gehen wir doch. Die Bomben schützen. Umkleiderraum. Sieht eher aus wie ein Bildlager. Ja. Ja, die Wand hier, die Trennwand vielleicht. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, verteidigt Sie. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, verteidigt Sie. Die Bombe haben eine Bombe entdeckt, verteidigt Sie. Schildträger. Schildträger, Haupteingang Blitz. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Fjus haben sie. Schildträger. Ich spielte meine Minster, Dich der Arsch. Was ist das denn? Ein komischer Strich. Ich habe ein Nestchen platziert. Ah, eine Wendetreppe ist wer. Fuse ist das mit Schild. Oh, noch einer. Immerhin noch die Kontaktgranate geworfen. Fuse und Blitz mit Schild. Blitz noch am roten Ping. Blitz nicht nach, Gerber Ping. Ich bin tot. Oh. Da, da, da. Jawohl, Zugangssperre. Aber die war nicht tödlich. Das war der Schuss danach. Was hat Kali denn da von den Augen? Und vom Kinn? Ja, die machte einen auf Möchtegern, Aruni. Mhm. Weil anscheinend kann die ja mit ihren Armen da auch Löcher in die Wand schlagen, wenn sie... Ach so, wegen des Arms? Ich habe jetzt halt nur auf ihr Kinn und Augen geguckt. Nö, 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 nö. Ah, ich seh's. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Hä, was hat denn das mit Aruni zu tun, wenn es um die Augen und ums Kinn geht? Nö. Ich hab mal was verpasst. Nö, nö, das Outfit ist eigentlich an Aruni angelehnt. Ich hab mal was verpasst. Holger Drohne hat eine Bombe gewohnt. Hm. Gucken wir mal, ob die Detainer jetzt nehmen. Ach halt, die Treppe ist ja woanders. Och. Dass die Treppen jetzt nicht mehr direkt neben oder aufeinander folgen, das ist auch so ein Müll. Das finde ich als Angreifer und das Verteiliger kacke. Das ist ein Einsatz. Die Polizeiabsperrung und das Geh muss noch in die nächste Zeile. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ja, äh, hallo, da war doch eben gerade einer noch, äh, EMP-Mann. Warum ist da kein EMP-Mann mehr? Natürlich war ein Fuse da. Rein Fuse und soll oben. Muss mal aufmachen. Leute, halt scheiße. Ach, schönes Red Hammer Road. Ziel entdeckten Keller. Wehe, hier ist jemand. Ja, toll. Die Lanze ist ja auch für'n Arsch, ne? Moment. Oh, ich... Uh, ist ja ein Kollege. Ich hab'n Schockdraht erwischt. Einen richtigen Schockdraht? Oh, ich hab'n Schockdraht. Eieiiei! Keine Taina. Oh, kein Kapkan. Mann ey, guck wie cool. Feind gesichtet, Killer. Werfe Splittergranate. Feind lokalisiert. Oh, Chunker. Ich muss den Schild wegfüßen. Komme ich überhaupt dran? Nee, natürlich nicht. Hier ist doch Steinboden. Kacke, Schild ist fast sicher. Wir können da richtig sitzen. Ich krieg den Schild nicht weg, Mist. Wer hier fliegt jetzt nicht hin? Moment, Fuse kann doch durchfusen. Das ist doch neu. Ich hab doch gelesen. Jawoll, den zerbombt's auch. Sehr schön. Fuse ist doch stark, ey. Nein! Banditu! Alleine Truppe. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden übrig. Alleine Truppe wurde eliminiert. Gerade noch rechtzeitig dran gedacht, dass man den Schild da jetzt benutzen kann. Zum Fiesen. Den zerstörst dann auch, das ist sehr schön. Wir haben zusammen... Yay! Mhm. Mein zum Fendel. ... ... ... ... Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht-Keller-Garage, da haben sie ja eh gerade gewonnen, Keller hinten auch nicht. Schalter ist nix. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 10 Sekunden. Oh oh. 5 Sekunden bis Einsatz. Na? Die Bombe befunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Woher reinführen, die Fenster sind total nutzlos geworden, große Außentür. Einfach weggehammert. Wie geht er, gekleidet ist? Amaro ist schon drin, da muss ich schnell hinterher. Die lebt noch, das ist ein guter Einstieg. Jetzt wo man nicht mehr so gut ins Großraumbüro kann. Halt, warte. Wo ist die rein? Okay, das war doof, was ist das denn für ein krasses Geräusch? Was ist das denn? Hä? Als ob hier ein Panzer oder so vorfährt. Hä? Was war das denn? War das bei dir auch? Ja. Alle stehen auf der Stelle. Hallo Ubisoft. Mann. Ich habe es gerne entdeckt. Vielen Dank auch. Jetzt wissen die, dass ich hier ankomme. Nicht schon wieder Ubisoft. Hör doch mal auf. Alles tippitopp. Alles tippitopp. Mann. Jetzt reicht es aber. Also ich kann gerade nicht mitspielen, weil Ubisoft meint. Es soll nicht. Uh. Da ist Kali drin, scheiße. Mich selbst gefust. Selbstfüßen ist dort auch ein Gegner übrig. Na, kommt doch zurück. Da ist hier im kleinen Raum gerber ping. Ja. Gegner neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Dreimal durfte ich nicht mitspielen, weil Ubisoft meinte, alles muss wieder auf der Stelle stehen. Nun ganz gut weg. Neue. Bevor die Vondition hat, dann kommt sie gleich Verletzungen. Dann ist es, woher die Vondition ist. Ah, hier ist ja gar kein Eingang mehr. Ah, hier nebenan. Über der Garage. Da war Asami noch. Aua. Was macht der denn vom Bombenkreise? Ich. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Ich hab hoffentlich... Rück zur Bombe vor und entschärft. So weit hinten. Das haben wir richtig erkannt. Ach nee, Ubisoft. Das hatten wir doch gerade erst. Ziel entdeckt. Erdgesundnieren. So, scheiße. Mira, okay. Ah, n. Hab ich gar nichts gesagt. Das kommt uns gleich in den Flenden überraschen. Böses Auge kaputt. C4 flog. Ich hab Team Geld zustellt. Stacheldraht, Stacheldraht. Stacheldraht. Hab ich jemanden angekratzt. Okay. Winke nochmal. Ah, diese Winke hier. Noch einer angekratzt. Ich komm mit. Ich decke den Kerner ab. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Nee, das Ding klickt oben zur Sicherheit. Da ist er. Da ist er. Da hab ich Zopf gesehen. Angenommen, das ist Asami. Maestro mit Zopf. Oh, das ist dieses komische Renkogu-Ding ins Mimster. Oh Mann. Jetzt hab ich erst den Rucksack wahrgenommen. Maestro wird sich geärgert haben. Und dann haben beide bösen Augen mit gefused. Ich hätte es an seiner Stelle genauso gemacht. Oh, Clash. Das ist übrigens mein letztes Match. Dann spiele ich kein ins Meer. Okay. Ja, kommt ein bisschen spät, ich weiß. Hm. Egal. Ah, Däune. Ich leade nach. Niemand hat mich identifiziert. Nur gesehen. Es bleiben 10 Sekunden. Achtung. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. 5 Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Wir sind da bereit. Oh, Schildträger. Mindestens zwei, widerschätze ich. Hier hat noch eine Drohne. Oh, Schildträger. . Kommt bei der Garage an. Dann geh ich mal zur Garage an. Tammy hört mich. Oh, Clash. Schadet ihr noch zu? Jetzt dann doch. Hä? Die haben die Außentür angeschlagen, aber halt nur einmal. Trampel, trampel, trampel. Direkt vom Garagenloch sind es mindestens zwei. Die Steine sind natürlich die Beine drauf geschossen. Kaum noch Zeit für die Gegner. Die müssen da gleich rein. Bei Clash. Gleich hat Spaß. Ihr Arschlöcher, zieht meine. Jetzt machen sie wieder auf. Ja genau, schön rein da. Es läuft in zehn Sekunden ab. Es bleiben noch fünf Sekunden. Drohnen und Teamgerät. Spaß haben. Hallo. Oh, verletzt. Ja, dieser Abend war bedeutend besser als der letzte. Der hat mich einfach runtergezogen, dass unser toller Modus nicht mehr ist. Und dieser Modus ist nicht so toll wie der alte. Ist aber annehmbar, wenn man vergisst, dass zwei Modi fehlen und viele Karten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.